Apropos Magie, wir spielen Wizard. Boah, Überleitung ist King Christoph. Ja, wir spielen Wizard. Äh, ist zumindest allen hier am Tisch ein Begriff? Ich bin Rot, ich bin Gryffindor, weil ich nicht Gryffindor sein will. Oh man, ich wäre gern Hufflepuffe, weil... Bist du Ravenklar? Ich wäre jetzt ein Assi, wenn ich jetzt sagen würde, lest euch die Sachen selber durch, aber lest euch die Sachen einfach selber. Ja, wir kennen das doch alles, Spiele. Ja, ihr, aber die Zuschauer vielleicht nicht. Will den irgendjemand haben? Nein? Hier herrscht Scientology, die Stadt der Scientologen, aha. Warum hast du gefragt, will den jemand haben und dann legst du ihn nach? Ja, weil ich die Hoffnung hatte, dass mir den dann irgendjemand wegnimmt, wenn ich was Höheres lege. Aber wenn keiner den haben will, dann wird wohl keiner was höhere. Ach Christoph, du Arschloch! Das ist doch das kleine Delfinchen. Könnt ihr mir den lassen? Wir haben eh zu wenige Dinge ins Wasser. Okay, das heißt, wenn der dann aufgeweicht ist unten, heißt das, dass du dann nix mehr durchkriegst, oder was? Aber ich muss mir den holen, oder? Ja, weniger. Wieso? Nein, du hast doch... Du musst den dir nicht holen, das ist Quatsch. Doch, sonst krieg ich den nachher nicht. So krieg ich den jetzt. Nein! Okay, dann ficke ich dich danach, ganz ehrlich. Okay. Was soll denn das? Ich muss denn hier. Warum? Dann krieg ich den an einer anderen Stelle nicht. Doch, locker kriegst du den noch an einer anderen Stelle. Weiß ich doch nicht. Wir haben noch viel zu wenige. Wir haben viel zu wenige Gäste. Und du nimmst mir jetzt meinen einzigen kaputt, den ich noch kriege. Ja, aber wenn ich den jetzt hier gleich... Ja, du kriegst... Ich kann mir den jetzt holen. Als er vielleicht viel zu wenige Gäste, du kriegst safe noch denjenigen, den du haben willst. Und du hast schon ne rote 13 gelegt, also du hast keine rote Karte mehr, die du rüberlegen kannst. Also weißt du nicht, was für'n Scheiß du jetzt laberst. Ich kann mir den holen. Das wird doch safe noch mal was anderes rotes kommen, hundertprozentig. Und dann kannst du dir den auch noch mal holen. Also ich bin ja da nicht so sicher. Wir haben halt einfach... Wir sind schon 1, 2, 3, 4 rote raus. Jetzt nimmt hier Secret Hitler Dimensionen. Wir haben drei Gäste zu wenig und er will hier noch... Oh, dann krieg ich den nicht. Hoi, hoi. Jetzt nehmen wir den einzigen, der gar nichts hat. Also für dieses Verhalten hol ich's mir jetzt. Ich hoffe, du fliegst damit richtig auf die Fresse. Ja, ich bin sowieso raus. Ja, dann gibt er sich gar keine Mühe mehr und denk nicht mal nur 2 Meter nach. Wen kriegt er jetzt? Ja, glaub ich nicht. Nee, kriegt er nicht. Glaub ich nicht. Es sei denn, wir werfen alle unseren Namen jetzt weg. Dann hol ich mir jetzt halt den. Sicher? Witzel, lass mir den einfach. Ja, aber ich brauch den. Halt doch dann mal, wenn ihr braucht den. Ganz ehrlich. Das Problem... Am Ende sagt wieder jeder... Genau den. Wo kommen denn die ganzen... Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen... Wo kommen die denn alle her? Nee, warte, ich nehm das zurück. Ich muss... Also ich kann den... Ich muss den holen, weil ich habe nichts anderes. Du hast nichts anderes als einen größeren Trumpf? Äh... Das kannst du mir noch nicht erzählen. Sorry, du hast... Wie viele Karten hast du noch auf der Hand? Das war gerade auch meine Situation, Christoph. Du hast... Ja, du hattest auch nichts anderes auf der Hand, außer den größeren... Ach komm. Ja, ich habe auch noch andere Sachen damit. Den anderen Sachen weiß ich nicht, ob ich mir damit Sachen holen kann. Ja gut, dann mach mal. Aber ich... Aber ich... Ausgleich dafür, dass du mich gerade unbewusst beim letzten Mal verarscht hast, weil du dich nachgedacht hast. Ich würde mir gerne trotzdem drei Stück holen. Ja, was willst du denn jetzt haben? Ich habe gar nichts mehr von Wert. Also ich bin wirklich komplett außer Gefahr. Wenn du mir Grün gibst... Ja, kann ich dir gerne geben. Warte mal, ich habe ja schon zwei. Wie viel wollte ich zwei, ne? Ja, jetzt am Ende... Am Ende... Gucken nämlich wieder alle, wo... Oh, ich habe schon zwei. So lange, wie du kein Geld belegst, Rico. Du hast zwölf ist das, ne? Ja. Ich werde wahrscheinlich sowieso viel zu viele gleich kriegen. Den muss ich haben. Den muss ich haben. Genau, das ist halt so die beste Aussage. Er sagt... 20 Sekunden später sagt er, ich werde viel zu viele kriegen. Und davor sagt er, den muss ich haben. Ich bin kein Weg dran vorbei. Den wir jetzt holen. Wie hast du denn noch gekriegt? Ja, ich habe diese Aussage alleine schon. Hat noch acht Karten, aber den muss ich haben. So, was ist das da? Gelb musst du bedienen. Ich habe doch sowieso gar nichts mehr, Leute. Na, Leute. Ja. Den muss ich haben. Das ist noch ein Trumpf. Ja, den kriegst du auch. Den muss ich haben. Herzlichen Glückwunsch. Das ist völlig spitze der Christoph. Den muss ich haben. Geht so richtig in die Hose. Das ist wohl eigentlich Klippen. Den muss ich haben. Den muss ich haben. Den krieg ich auch. Ja. Ja, natürlich. Wollte ich noch was Schönes sagen? Ich krieg gleich nur einen. Hm. Hol doch noch einen Trumpf. Was ist denn da los? Halbbrom. Was ist denn da los? Das ist ein neues Zitat für Christoph. Den muss ich haben. Das ist... Das ist... Das ist jetzt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Das ist nicht ärgerlich. Das ist nicht ärgerlich. Okay. Wie gesagt, ich krieg den trotzdem. Den muss ich haben. Den muss ich haben. Den muss ich dein Ernst. Also ich war wenigstens ehrlich. Ich hab wirklich nur 3 geholt. Hat er denn das 5? Ne. 6. 6. Aua. Den muss ich ja haben. Das kann doch wirklich Klippen sein. Das ist ja mal. Das ist ja mal.